jo leute und damit willkommen zurück zu ARK Survival Evoid mit dem Flash mit Centus, dem Naki-Doi Hallo, bin ich ein Naki-Doi, bin ich Ist egal Flash ist behindert, so wie immer Flash ist schon unterwegs wieder Ich bin nur zu groß, dass ich immer scrollen muss Übrigens, ich bin schon Level 18 jetzt, in der Zeit, wo wir zuerst aufgenommen hatten Ja, oh ja Und der Hund, mein Hund fängt wieder an zu bellen Na schön, wir haben ein bisschen was gemacht Ja, wir haben jetzt 3 Dodos Zwei gelben Flash, einer gelben mir Wir haben einen Spritzer, ein Tilo Lilli ist behindert echt Ja Sterner Bekloppten aus den anderen Projekten sind natürlich auch dabei Ja, Tede ist glaube ich noch dabei, ne Ja, sozusagen, ne Oh, hier sind ganz Hund Ja Da sieht man ja, da haben wir das heute schon mal so weit erweitert Wir haben größere Kisten Warum haben wir schon eine kleine Ebene, habe ich gestern noch fertig gemacht Weil ich gestern komischerweise wieder rausgeflogen bin Oder er gesagt, irgendwie durchgebackt bin und dann bin ich gestorben Ja Da bist du leider Ich dachte nur toll, toll, toll Echt lächerlich So, sind die Piranhas noch da Ja Da ist eine Schildkarte Okay So So Ich bin schon Seit dem letzten Mal sind ein paar Patches dazu gekommen Oh ja Naja, nicht nur ein paar, sondern einige Oh mein Gott Oh mein Gott Das ist Arc, ne Das ist Arc Naja Das ist einzigartig Und du bist behindert Ja Zwei Spiele hintereinander kaputt gegangen Easy Wann mal, was hat das denn gekostet? Er sollte hier Wollte man ja nicht Parasaurus satteln Jo Wir wollten heute mal ein bisschen Tamen Der Tamen machen 85 Leder 50 Fiber Das ist voll billig Das muss ja eben zum Wald noch hin Und wir haben einmal die Teile gelootet Dadurch haben wir 3 Fiomir Sattel und 3 Flugprinz für Fiomir äh Fiomir und ein Raptor Flugprinz Sattel So ganz geil Was man daraus kriegt gemacht Ne? Auf jeden Fall Ja gut Das hatte ich letztes Mal Ich hatte zwei Feuer bekommen Ähm Ein paar Bären Bisschen Spark Powder 35 Metal haben wir schon Das ist auch kein Zeug Ja das war glaube ich zwei Metal waren da auch noch drin Ein Bett war da noch drin Wir haben zwei Kissen voller Fiber gehabt Das war auch heftig Äh Schauen wir mal was hinten Also hier hinten sind noch 300 Holz drin und ein Sattel ne? Jo Ähm Ich muss mal ganz kurz was schauen War Haben wir ja eine Seite zum Thamen gefunden was denn am besten passt dafür Da musst du aber sauer viel sammeln ne? Ja Ja Ah verdammt So Ähm Ja Ein Parasaurus Also die Narcotics nehm ich dafür Also die Narcotics nehm ich dafür Ja nehm mal nicht alle ne? 5 bis 10 Stück brauch ich nur Ja dann nehm keine Ahnung Achte mit Azubberry und mehr Mechubberry Und mehr Mechubberry Aha Weil ich brauche auch angeben Okay also die Blauen und die Purple Bären brauchen wir für das Vieh Äh Jetzt wird die Internetseite nicht offen Und dann kann man das nicht sehen Ähm Taming Die da haben wir auch genug Keine Ahnung wie ich da brauchte Hm? Äh Ich brauche angeblich Äh 25 bis 40 Was? Für die Schildkröte So Daher will sich die Schildkröte Thamen Oder Thamen Was weiß ich Damit dann halt Mich fortbewegen und das Ding als Schlepptier mitzunehmen Wenn ich da mal wieder den Wald roder Die Stone Irrigation Pipe Also die weitere Form noch eine Mhm Dahinten ist ein blaues Licht gerade Achjau wir müssen unsere Dodos füttern Und Ja ich hab soweit Neh Also die anderen Stone Pipes hab ich auch noch gelernt Ist da ein Boden Pillar das wir das auf der gleichen Höhe setzen können Wobei das ein bisschen tiefer ist das ist auch ganz praktisch Ja Natürlich den Mörser haben wir Oder Mörtel und Peste Na gut das hatten wir ja schon Da wollen wir noch nicht In der Aufnahme Bogen und Pfei Ne Pfei und Bogen hab ich auch Ja gut die haben wir ja gelernt Und das wird grad schon in der Dunkel Mach schon mal Feuerchen Ja mach mach Ja gut das hab ich mir zwei Sauflaschen gemacht Ja Hast du halt Bist doch behindert Hast du jetzt schon welche rausgenommen? Was? Narkotik Narkotiks? Nö Okay Wieso? Ich kann jetzt noch eins herstellen Weil ich jetzt schon mal ein paar rausnehme Ja noch keine genommen Also sieben Stück während Ich tu mal achte rein Meinst das reicht? Ja fünf bis zehn Stück bauen halt ne Ja dann lass ich dir mal achte drin Ich glaub das soll reichen Hoffen wir mal Next Und das mit den Samen da unten ist ein bisschen extrem schwer Ich weiß nicht warum wir das nicht hinbekommen Ja ne das Muss irgendwie noch gepatcht werden unbedingt Weil die immer wenn kein Fertilizer Oder auch später kein Fertilizer mehr drin ist Dann ist Ende Dann sind die Samen komplett einmal weg Es ist kaum einer der das wirklich hinkriegt Ja Ich glaub da musst du auch lange auf dem Server bleiben Musst du da auch dann bleiben echt Und das können wir beide nicht Also Nö Dafür haben wir gar keine Nichte Zeit Wir können meist Das letzte mal haben wir vier Stunden gemacht Und wenn man dann so meist Wir haben uns gesagt dass wir Meins ein zwei Stunden dann ja noch so nebenbei ein bisschen machen Ja Äh Ist es auch nicht möglich Da uns ein bisschen Ein zwei Stunden ne Warst du so nebenbei Ja Na gut ich hab den Wald gerodert Hä Ich hab den Wald gerodert Und dann gedacht das war jetzt halt ein bisschen länger Mein Gott Ja ne eins war ich schon nebenbei Naja ich war schon öfter ein bisschen länger mal drauf Man kriegt das auch gar nicht mit War das voll Bock Ja Ja So 17 Fleisch Jetzt wollte ich eine Slingshot machen Weil ich diese Schluckritte sonst nicht runterkriege Ja ich muss auf das Vieh einkloppen Weil das rennt weg Das ist das Problem Hm Hm Wut 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 Das ist nämlich das Gute wenn Dann bist du schnell unterwegs Naja das Ding wollte ich mir später auch Aber erstmal zum Schleppen Ist das optimal Eine Slingshot Ja das vier aber auch Und dazu ist das auch noch schnell genug Naja klar Ähm Ich nehme mal ein bisschen Holz noch mit dem Inventar Ja was steht denn dann Zeit überhaupt noch mal Ähm Welche Tageszeit? 0,5 bis 1 Also Ja Ingame 0,1 Also eine halbe Stunde bis Stunde Gelbes Licht hinten Ach äh Weißes Licht hinten Ja hab ich schon wieder sehen gedacht Ich kann da jetzt auch nicht hin Hab ich keine Lust Aber wie will ich das kennen haben wir irgendwie wieder fiege und sind ganz schnell tot Naja da hinten nicht Naja da hinten nicht Hinten ist glaube ich nur Triceraptors Und die wandern das weißt du schon ne Naja Ist das ja Ist das ja So hier vorne wäre schon eine Schülkröte Okay Tag wird aber auch immer noch schnell Okay jetzt sind auch schon hier ne Lichter Hm das hab ich vorher auch gesehen Aber wahrscheinlich immer umso höher du Level steigst umso eher kommen auch andere hier Ja Kann ich mir ganz gut vorstellen nämlich Na gut ich bin glaube ich einmal der eine der weitesten die gereist sind gerade eben ne Ja also ich bin mal hinten zum Fluss hingegangen Ich war nach weni Hallo Schülkröte möchtest du mit mir fahren Wenige Minuten war ich äh tot Ja Schülkröte wie Naja Ist das Paarungssoftware für die Schülkröte Mhm Hab ich gemerkt Ist auf die Schülkröte gelaufen oder was Naja die ist auf mich Hinzu gekommen als ich am Steine kloppen war für ihr Gesicht Damit ich sie gleich ein bisschen natzen kann Mhm Ich darf halt nur nicht zu weg von Büschen Geil wäre schon Level 20 zu sein Dann können wir uns die Fischer schneller holen Ja wegen den Pfeilen Naja Aber Es dauert leider noch zwei Level Naja anderthalb ungefähr nur noch bei mir Ich kann bei mir gerade nicht gucken Ja das sieht man doch an der Seite Ja wenn ich jetzt auf den Ding drücke ja Ich glaube ich habe doch eine Seitenleiste Bei mir Ja die habe ich nicht an Okay Also ich habe rechts diese Leiste aber sonst habe ich nichts Ja aber da steht kein Level bei mir Nein aber du siehst da ungefähr Naja weißt du das Level 18 willst du ne Naja das weiß ich Naja das weiß ich So Narkotiks und Beeren rein damit Das hat er schon gemacht für das Vieh? Ne Ich will es erstmal nur zum Schleppern mitnehmen Ich glaube du kannst auch noch gar keinen Sattel für das Vieh machen ne Ne ich glaube nicht so Jetzt fängt das an zu tamen und in der Zeit muss ich hier ein bisschen Beeren sammeln nebenbei Äh 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 Die Tötel ab 25 kannst du den Sattel erst verlieren Ja das ist egal wenn sie zum Schleppen reicht hast wenn ich morgen wieder in den Wald roder Weil die kann 250 mitnehmen und das sind 500 Holz Ja aber wie kannst du leichter das Heuze also die Bäume abschlachten Wo sie wo sie wo sie da 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 Und Tame ist eigentlich einfach wie man sieht Bei dem Update ist dazu gekommen dass man jetzt einstellen kann wegen Tagezeiten Ob die schneller vergehen sollen oder noch langsamer Du kannst sogar real life 24 Stunden Server machen Ja Das ist heftig Aber ne dafür Das würde uns gar nichts bringen Nimmst du dir bitte Warte mal ich nehme mir noch Bisschen Fleisch raus weil ich das ja gesammelt habe So Habt ihr Fleisch da drin gelassen ne Ja Ich mach mal schnell aber Narkotik Ziegen sie ein Dann kann ich mir Anders draus nehmen Komm schon Ich hab reichen die Beeren jetzt auch Ich Ah ich weiß nicht ob meine reichen ich glaube weniger Deswegen muss ich mich immer beeilen Ah der war extrem lange So So Okay wir suchen schnell weiter So Ja da haben wir nicht so viel Was ist das Problem Von was So wenig vergammeltes Fleisch Hm Naja ich hab doch vorher ein bisschen verkraftet und viele sind ja auch wieder verschwunden Als wir halt nicht auf dem Server waren Ja aber das Gammelfleisch sollte nicht verschwinden Äh Doch nach ne viertel Stunde oder so glaube ich Haut das ja auch ab Der behindert Hä oder irgendwann ist es von den Fliegen sagen wir mal aufgegessen worden wenn man so denkt Deine Oma Ach Bei mir Beziehungsweise die Natrotix umwandeln oder reinigst dann kann ich so schnell umcraften Ja aber ich würde ein bisschen weiter weg sein das ist das Problem Das ist das blöde jetzt Aber die Parasaurus sind ein bisschen weiter weg Oder Ja das ist die Frage sonst Man kann das vier ja leider nicht hinter sich Wir haben kein Gammelfleisch mehr Schier dir Ja habe ich doch gerade gesagt Schier dir schier dir Egal Ich würde das vier gerne hinter mir herziehen und vier am Lager da machen So ich habe das Feuer Ach naja wäre ja eh fast leer gewesen So Dann wollen wir das Ei Nochmal kurz das Wasser rennen Ja aber renne ich ja sowieso wenn ich gleich da runter Naja Schnell noch alles upgraben hier Also jetzt hätte ich gesagt helfe mir eben bei dem Füttern der Schildkröte Dann hätte ich bei Deiner geholfen Und dann hätte ich gerne etwas leest Ich kenne name die Sonne Dann hattet mich bei Deiner geholfen Das war's für mich Ich habe mich aber nicht Wenn man mich bei Deiner geholfen Und dann ein bisschen mehr Ich werde ich mich bei Deiner geholfen Ich habe mich bei Deiner geholfen Ich habe mich bei Deiner geholfen Und dann hätte ich das Aber ich kann mich bei Deiner beurde Und dann hätte ich ça Also dacht mal Untertitelung des ZDF, 2020 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 äh, noch nicht mal das Tee erreicht Was? Mhm Wann braucht deine denn so lange? Ja, meine braucht extrem viel Naja Naja, dafür kannst du mit deinen dann auch über das Wasser schwimmen, wenn du... Ne, meine trinkt nicht automatisch aus der Flasche, voll komisch Ja, ich glaub, ab ne bestimmte Menge machen wir Aber ich hab immer gehabt, dass das leer war, oder? Das ist halt undicht, der Scheißteil Kann ja auch sein So, einen Akrotek hab ich noch wieder bauen können Ah Und die Dudus haben wieder Ärchen gemacht Ah, Archen Ah, Archen Archi, Archi, Archi Woll Wie viel Zeit ist das vergangen? Sind wir noch ein Flugzeug da? Ja, woll Woll Fünf Minuten ist bei mir grad vergangen Oh, meiste es gleich bei G Okay Woll Die Purple bringt ganz schön was Naja Blasch Blasch Na, sindlos Wollt ihr gleich noch paar Purp lassen, na? Ne Kann so knicken Hab ich nicht wirklich Ach, schade Ich hab immer nur... Nur ein paar davon Das ist das Problem Na, ich sammle mich immer wie ein Wilder hier noch Boah, Purp, wir bringen ganz schön was Ja, deswegen Ach ja Boah, wow, ich bin vom Strich vom Tee jetzt angekommen So, wie geht es dann so weiter? Das ist das Problem Ich habe es Ltd Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020